XX der Oberalppass verbindet die beiden Schweizer Ortschaften die Sintes Muster in der Sur selber im Kanton Graubünden mit Andermatt im Ursarental im Kanton Uri. Lage, die Passhöhe liegt auf 2044 M.U.M. im Gemeindegebiet von Tujetsch. Unmittelbar westlich der Passhöhe liegt der leicht angestaute Oberalpsee. Unweit des Oberalppasses liegt in südlicher Richtung der L.A.I. Datumau auf 2,345 Meter. Er gilt als die Quelle des Rheins. Der Abfluss aus dem See heißt Rhein-Dartumau. Aus diesem und einigen anderen Zuflüssen wird nach den ersten zwei Talstufen noch vor Chamut der Vorderrhein. Erschließung Die Mat-Erhorn-Gothat-Bahn überquert den Pass in einem kurzen Tunnel und ist damit neben der Berniner Bahn die einzige Bahnstrecke der Schweiz, die auf einer solchen Höhe ohne längeren Tunnel auskommt. Die Hauptstraße 19, die über die Passhöhe führt, wird im Winter geschlossen. Allerdings kann eine limitierte Anzahl Fahrzeuge während dieser Zeit die Strecke mittels Autoverlad zwischen Andermatt und Seetrun transportiert werden. Die Öffnungszeiten des Passes variieren je nach Schneelage ab Mitte April bis maximal Anfang Dezember. Tourismus Über den Oberalppass und entlang des jungen Vorderrheins in der Surseva führt der Fernwanderweg Sender Sursevana bis ans Ende der Rheinschlucht bei Termins, dem Zusammenfluss von Vorderrhein und Hinterrhein. Im Winter herrscht ab der Passhöhe Betrieb mit Schneeschuhläufern, Tourenskifahrern und Alpinskifahrern, die via den Kalmutter Skigebiet von Sitrun erreichen können. Es führt eine nicht öffentliche Seilbahn zum Gipfel des Schneehüenerstocks. Seit dem Oktober 2010 steht auf der Passhöhe ein roter Leuchtturm, ein verkleinerter Nachbau des 14 Meter hohen Unterfeuers Höck van Holland, der 70 Jahre lang an der Rheinmündung in Rotterdam stand. Es handelt sich um eine touristische Werbeaktion, die im Auftrag von Sitrun diesentes Tourismus und Schweiz Tourismus entwickelt wurde. Die Aktion soll entlang des Rheins für die Ferienregion werben. Hinzu kommen soll eines Tages auch der alte Rheinfrachter Rheinquelle, der von Basel aus auf dem Landweg transportiert werden. Zuvor aber von Rotterdam kommend an möglichst vielen Orten entlang des Flusses als Botschafter des Rheins dienen soll. Die Umsetzung dieser Idee scheiterte bislang an der Finanzierung und Logistik. Oberalppasshöhe mit Leuchtturm, ehemalige Bunkeranlage über dem Pass an der Vellilücke, Oberalpsee, Restaurants der Passhöhe mit Schneehüenerstock, um 1900 nach Westen.